Wie in den letzten Jahren haben wieder alle Neumarkterinnen und Neumarkter die Gelegenheit, als Hobbymodel mit dabei zu sein. Wenn sie zwischen 16 und 99 Jahre jung sind und fast Modelmaße haben, sprich Damen zwischen Konfektionsgröße 36 und 48, Herren zwischen 48 und 54, dann lädt aktives Neumarkter zu ein, sich auf dem Catwalk auszuprobieren. Wer Lust hat, sollte sich schnell bei dem Verein anmelden, denn schon an diesem Samstag findet um 15 Uhr ein Laufstegtraining im Artiko e.V. in der Neumarkter Gartenstraße statt.